Guten Tag, ich begrüsse Sie hier zu diesem Lernvideo. Das Ziel ist es, mit der Software Winmotion und SketchUp, beide in der Gratisversion, eine einfache Waldhütte zu zeichnen und zu illustrieren, die Sie hier im Hintergrund sehen. Wir beginnen mit der Software SketchUp, welche hier im Webbrowser läuft. Zuerst machen wir ein neues Dokument, klicken auf Create New und wählen hier die Vorlage aus mit Metern, dass wir gleich in der richtigen Grössenordnung sind. Da ist gestartet, da haben wir schon eine Figur, die da mal als Standard eingeblendet wird. Die Person können wir gleich löschen, klicke sie an und drücke auf die Delete-Taste. Wir beginnen hier gleich in der Ecke. Um das Ganze hier etwas verschieben zu können, haben wir hier auf der linken Seite einige Funktionen. Ganz unten ist momentan Orbit dargestellt, das heisst, wenn ich das jetzt auswähle, dann ist dieses Symbol, dann kann ich da etwas drehen. Wenn ich das Ganze verschieben möchte, finde ich das ebenfalls hier drin, diesem Hand-Symbol, um das hier etwas zurechtzuschieben. Sehr gut in der Software ist, dass es auch mit Tastaturkürzen funktioniert. Ich kann einfach auf die O klicken, auf der Tastaturkürzen, bin wieder in dieser Funktion, um hier zu drehen und auf H für Hand, um das Ganze zu verschieben. Dann sparen wir den Weg hier auf der Seite. Ist das so kürzer, lernt man dann mit der Zeit dann sicher sehr zu schätzen. Nun gut, beginnen wir mit der Waldhütte. Die Grundfläche ist ein Rechteck, das finden wir hier. Das kann ich dann einfach Rechteck auswählen. Wer genau hingesehen hat, sieht, dass hier zwei Punkte dargestellt sind. Das heisst, dass ich die beiden gegenüberliegenden diagonalen Punkte auswählen muss, um das Rechteck zu zeichnen. Ich beginne hier mal am Ursprung. Das macht das Ganze vielleicht etwas einfacher und gehe mal hier nach vorne. Ich könnte jetzt das einfach zeichnen, aufs Geradte wohl, oder unten rechts hinschauen. Da steht die Grösse. Momentan nun kommen 9,5 Meter auf 1,5 Meter. Ich mache hier einfach mal eine Grundfläche von 5 auf 5 Metern. Ich kann jetzt direkt in der Tastatur eine 5,5 eintippen und Enter drücken und das Rechteck wurde gezeichnet. Ich klicke jetzt nochmals auf das H, um hier das Ganze etwas zu verschieben. Und mit dem Mausrad kann ich hier auch die Grösse etwas anpassen. Das wäre jetzt mal die Grundfläche. Machen wir drei Seitenwände von dieser Waldhütte. Ich beginne hier in dieser Ecke. Es lohnt sich da, mit der Zeit hat man nicht nur die Hübung sich zu überlegen, welche Ecke man beginnt. Das ist einfacher, weil hier habe ich auf der anderen Seite diese Diagonale. Ich bin jetzt gleich hier drauf gesprungen und Sie haben gesehen, dass es vorher blau war. Das heisst, es ist hier in der horizontalen Ebene und jetzt ist es nach oben in dieser Ebene. Auch jetzt kann ich hier die Zahlen wieder eingeben. Sagen wir, das ist jetzt etwas weniger hoch, vielleicht nur 3 Meter hoch. 3,5 eingetippt, das wird mit Enter bestätigt und das ist jetzt die Höhe dieser Seitenwand. Wenn ich in dieser Ecke beginne, kann ich direkt auf die Gegenüberlegeseite gehen. Es wurde hier grün hervorgehoben, das Rechteck, um zu zeigen, dass es jetzt wieder nicht irgendwie in den Raum liegt, sondern eben parallel zur Grundebene liegt. Ich klicke mit der Maus, das wurde bereits gezeichnet und dann noch die dritte Seite von unserer Waldhütte, die momentan vielleicht noch eher wie eine Schachtel ausschaut. Um hier wieder in den neutralen Modus zu kommen, um auch Objekte auszuwählen, klicke ich auf den Pfeil oder, dass das zu kürzer dazu wäre, die Leertaste. Das wäre mal so die Waldhütte. Allerdings fehlt noch das Dach. Das zeigen wir gleich nachher. Und unten ist jetzt auch noch sehr dünne Wände. Das ist nicht realistisch. Wir brauchen da ja eine dreidimensionale Hütte. Das heisst, wir müssen da die Wände etwas verstärken. Dazu gibt es in SketchUp ein sehr gutes Werkzeug. Das finden wir hier. Das Push-Pull-Werkzeug. Kürzel wäre hier die Taste P. Wenn ich da auf eine Ebene gehe, ist die gepunktet. Das heisst, die wird markiert. Ich klicke sie an und gehe jetzt nach oben. Das heisst, sie würde dann nach oben verschoben. Ich kann jetzt noch diese Kontroll-Taste drücken einmal. Und jetzt wird es kopiert. Das heisst, jetzt wird das Ganze hier etwas dick. Auch hier kann ich eine bestimmte Grösse eingeben. Sagen wir 0,2. Wir sind ja in der Dimension Meter. Wir sehen also 20 cm dick diese Wand hier. Das Gleiche kann ich für die Seitenwand machen. Da ist es jetzt schon vorgemerkt, dass das Ganze kopiert wird. Sagen wir 0,05. Wir möchten ja vielleicht eine Bretterwand simulieren von dieser Hütte hier. Bei hinten wäre es das Gleiche. 0,05. Und dann hier auch auf dieser Seitenwand 0,05 und Enter bestätigt. Und wir haben schon den Grundbau. Ich drücke hier auf die Leer-Taste, um hier wieder neutral auszuwählen. Mit der Hand kann ich das Ganze etwas nach oben verschieben. Das brauche ich jetzt, weil es braucht da irgendein Dach. Machen wir zuerst eine Grundfläche. Ich beginne hier ganz aussen und gehe wieder auf die Seite ganz aussen und habe jetzt eine Art Dach darauf. Es hat hier gleich vorne noch geschlossen. Kein Problem. Ich drücke die Leer-Taste, wähle das aus, mache es Delete und es ist vorne wieder offen. Für das Dach brauche ich eine Hilfslinie. Ich klicke hier auf den Bleistift und wähle hier für Linie aus. Wenn ich nun hier hingehe, wird es plötzlich hier blau hervorgehoben mit Point. Das heisst, wenn ich jetzt hier klicke, wähle es gleich die Mitte aus und ich gehe hier nach oben. Wenn ich dann irgendwo hingehe, ist es irgendwo im Raum. Deswegen ist es schwarz. Wenn ich da einigemals nach oben zeichne, springt es gleich hier hin. Auch hier kann ich die Höhe angeben mit der Tastatur. Machen wir ein flaches Dach, sagen wir 2 Meter. Ich drücke die 2 und Enter und die Hilfslinie ist jetzt 2 Meter hoch. Klicke auf die Leertaste und wieder auf die Linie, da ich das gleiche vorne auch machen möchte. Das wäre wiederum der Mittpunkt. Nach oben gehen, wo es blau ist. 2, Enter und wir haben hier die zweite Linie für unser Dach. Ich bleibe gleich beim Linienwerkzeug. Beginne hier vielleicht mal ganz oben und gehe jetzt bis ganz nach aussen von diesem Dach hier. Und das war eine Linie eingezeichnet. Ich mache eine neue Linie, um hier oben durchzuziehen und gehe hier nach ganz unten. Und das Ganze wurde hier bereits jetzt gefüllt mit diesen Flächeninhalten. Das Ganze auf die andere Seite, oben beginnen bis ganz nach hinten klicken. Dann ebenso hier bis ganz nach aussen. Wir haben hier schon ein sehr einfaches Dach und somit eigentlich auch schon eine sehr einfache Hütte. Wenn ich das Ganze jetzt hier herunterladen möchte, weil ich es ja in Twinmotion weiter verwenden möchte, klicke ich auf dieses Symbol hier und das Ganze wäre dann Download. Da ist es in diesem Format. Das ist geeignet auch für Twinmotion. Da muss ich eigentlich gar nichts exportieren, sondern kann es einfach speichern. Wähle da einen Ordner aus, Waldhütte, auf meiner lokalen Festplatte. Und das Objekt ist unten und für den Moment sind wir bereits fertig in SketchUp. Ich befinde mich nun in der Software Dynmotion. Ich habe hier bereits seit das Wiese kreiert, aber es geht hier einfach darum, diese Waldhütte zu platzieren. Das erreiche ich, indem ich hier auf Import klicke, dann auf das Plus, dann auf Open. Nun wähle ich mein Dokument aus, waldhütte.skp, was ich ja vorhin bei SketchUp generiert habe. Ok, und sie ist hier nun erschienen. Ich sehe sie nicht, aber wenn ich hier auf die Seite gehe, ist alle Elemente dargestellt, auch die Waldhütte hier vorhanden ist. Um sie zu sehen, muss ich mich da jetzt zurück bewegen und mal drehen, weil wahrscheinlich hat es die Waldhütte direkt unter oder hinter mir hier platziert. Genau, da ist sie ja bereits, unsere Waldhütte. Ich kann sie einmal etwas drehen hier, damit man hier auch rein sehen kann. Genau, und sie auch etwas platzieren, damit das Ganze hier auch auf dem Boden liegt. Ich gehe noch etwas näher heran hier, um die Waldhütte hier wirklich gut darstellen zu können. Das wäre es eigentlich schon, allerdings schaut das noch lange nicht realistisch aus, weil das Material hier natürlich völlig falsch ist. Ich gehe hier auf, wenn das nicht vorhanden ist, hier einfach klicken. Das wäre normalerweise ausgeblendet, jetzt ist es eingeblendet. Da habe ich verschiedene Optionen in dieser Library. Ich muss jetzt hier auf Materialien gehen, Materials. Da kann ich auswählen. Für die Waldhütte wäre wahrscheinlich etwas mit Holz passend. Da gibt es verschiedene Vorlagen. Wenn ich da eines auswählen möchte, beispielsweise hier die Geschätztenart, dann ziehe ich einfach das Material auf die Hütte und die Hütte und so schaut das dann aus. Da könnte ich noch die Grösse anpassen, wenn jetzt da diese Platten etwas zu gross oder zu klein sind. Aber ich glaube, das schaut schon ziemlich realistisch aus für so eine einfach etwas noble Waldhütte. Was wir hier auch finden, sind nicht nur Materialien, sondern auch Gegenstände. Für eine Waldhütte braucht es etwas Wald. Das finden wir bei den Bäumen. Da auch eine sehr grosse Auswahl. Da können wir auch einen nehmen und gleich hier auch dazu nehmen. Das geht gleich mit Schatten. Können wir da den Baum dazu wählen. Und das wäre jetzt schon ziemlich realistisch. Ich kann hier auch noch einen anderen Baum hier zeichnen. Noch einen mit etwas Obst. Und das haben wir schon die Waldhütte eigentlich platziert. Ich gehe hier nochmal zurück. Es gibt hier noch sehr viele weitere verschiedene Pflanzen, die ich platzieren könnte. Aber vielleicht noch einen Charakter. Wir können noch ein Tier wählen. Da haben wir nicht sehr viele Waldtiere. Aber ich kann ja möglicherweise mal die Capris wählen, was da das Pferd ist. Und das ist ebenfalls animiert. Somit haben wir schon eine kleine Waldszene erstellt mit Sketchup. Und Twinmotion, was eigentlich ziemlich schnell und wie sie hoffentlich auch einverstanden sind, gut funktioniert.